hallo meine sehr verehrten damen und herren und willkommen zu einer weiteren folge von minecraft namenlos und wir starten direkt mal damit also ich habe inzwischen den folgen aus der höhle herausgegangen wir starten direkt mal damit indem wir schauen was der digital meiner so für uns bereithält er hat schon wieder keine energie was ist denn das müssen wir das rausnehmen gut aber zuerst ordnen wir das mal alles in seinem system ein ich habe so das gefühl wir müssen neue dinge machen ja da kann ich hier noch einiges reingeben und so dank so okay jetzt kann ich komme was kommen wir was reingeben wir brauchen 1k storage da haben wir sie auch schon also ich brauchen wir diese hier rechte direkt machen zu squads da können wir auch diese nehmen die pure sind wir eigentlich ein bisschen zu schade aber wir können sie gerade nicht machen denn wir brauchen noch was ein also da muss ich es eingeben 1k storage dings wir brauchen einen logic processor logic processor gut den machen wir mal schnell wir brauchen silikon da haben wir ja noch ein bisschen was jawohl dann logic press und ein und gold gold ja gold müssen wir auch bald mal neues rauch von lassen von unserem guten alten digital miner so wir können da auf jeden fall die potatos noch mal einlegen damit die durchgebraten werden den habe ich ja ok da wurde ein bisschen was hergestellt ja gut da habe ich nicht gut aufgepasst so wir brauchen dieses hier und dieses hier und machen uns sowas hier jawohl dann brauchen wir das da das da nein redstone zack 1 deck nein in diese maschine muss ich rein dieses hier ja doch dieses hier und das silikon jawohl sehr gut dann kommt das auch schon mal raus ist das eigentlich mädchen kennen alles klar portable cell oder ist auch heiß entropie manipulator ja keine ahnung was das macht aber es klingt cool gut den logic processor haben wir auch jetzt kommen wir den 1k schon machen jawollo zack oh jetzt habe ich das pure verwendet ja gut aber dann machen wir uns direkt noch einen zweiten indem wir hier noch so gold machen dann brauchen wir noch ein silikon die silikonpresse so dann können wir das raus nehmen und haben das da und dann haben wir einen zweiten logic prozesse dann haben wir noch mal zwei 1k storage zellen und haben unseren speicher an items somit erweitert oder beziehungsweise eine haben wir bis jetzt dann also ich habe noch nämlich ein case glaube ich noch da oben muss ich suchen verdammt 1k storage cells ich glaube eins haben wir noch genau wie mache ich denn sowas kann ich mir das herstellen nein dazu fehlt mir der quatztast haben wir noch netter quatzt netter quatzt haben wir noch ein bisschen was ja ja dann pulverisiere ich das alles mal durch und sagt also ja gut aber das sollte noch genug drin ja passt dann pulverisiere ich das mal schnell durch genau wir waren stehen geblieben die kann ich noch schnell rein tun äh äh storage cell ein km wie genau genau hier und können wir da rein tun jawohl priority ok keine ahnung gut sehr gut dann wir waren beim alloys melder das hat hier durchgebrannt und jetzt halleluja alles klar ähm wir brauchen den alloys melder diesen hier und dazu brauchen wir das haben wir hergestellt das da genau das war die hürde des grains of infinity ich kann mich erinnern genau jetzt brauchen wir noch ein bisschen eisen das sollte ja mittlerweile ein bisschen was da sein jawoll können wir hier ergänzen nehmen wir einmal zweimal und jetzt nehmen wir den alloys melder hier den da und machen uns ein paar nuggets einmal hatte ich schon egal nicht so schlimm so den können wir auch mal machen und jetzt diesen hier zack einmal zweimal und schon können wir ihn herstellen dazu baue ich diesen hier gerade mal ab zack zack dann dann können wir den hier einsetzen für das crafting rezept alloys melder jawoll und ersparen uns ein paar ressourcen zack dann können wir direkt diesen double capacitator machen das ist nämlich die verbesserte version und es bietet den alloys melder ein bisschen ab also macht das der alloys melder ein bisschen schneller ist was habe ich denn hier bekommen enderios also es gibt ja in der usa glaube ich ähm ähm cheerios also das sind so frühstück cerealien und das sind halt jetzt okay alles klar ähm gut das füllt sich gut auf und jetzt haben wir den normalen alloy smelter den können wir jetzt auf furnace mode oder einfach alles machen alloys only ich schmelze ich mache das jetzt mal auf das hier gut sehr gut dann haben wir das auch fertig jetzt was brauchen wir noch für eine farming station farm station electrical steel und wie machen wir das äh alloy smelter silikon coal powder und iron ingot das sollten wir ja eigentlich haben schau mal ähm silikon habe ich eh im inventar coal powder haben wir auch noch ein bisschen was und iron iron ingot sollten wir auch noch haben und dann schauen wir mal wie schnell der alloy smelter jetzt ist ich bin mir nicht sicher ob der jetzt wirklich so schnell ist aber es sollte auf jeden fall ja ok er geht deutlich schneller als der simple alloy smelter deutlich meiner meinung nach gut haben wir eins dann was brauchen wir eigentlich noch für die farming station farming station brauchen wir noch das ähm das hier dann brauchen wir noch zwei solche hier einmal zweimal und den haben wir eigentlich schon dann haben wir eigentlich alles achso ne den brauchen den achso den habe ich hergestellt aber noch nicht herausgenommen merke ich gerade und was fehlt uns dann noch ja das electrical steel ähm farming station was fehlt uns in der mitte ach aber das soll ich eigentlich haben äh ok dazu brauche ich ein aber ich brauche trotzdem dieses dieses hier das muss ich mir ui ich kann einbarn was muss ich mir gerne wieder nachschub holen das ist aber ja eh genug so jetzt aber den die farming station denn ich würde mir diese ganzen felder draußen gerne mal automatisieren deswegen brauche ich das ganze jetzt zu ok dazu brauchen wir noch ein paar allem war es zack dann können wir das machen dann haben wir dieses so ja da haben wir noch einiges von dem so dann schauen wir mal wie viel electrical steel 5 jawohl dann schauen wir wie schnell das jetzt geht ja deutlich schneller alter schwede das pulver dass er durch das also das ist geil das ist nice gut passt dann sollten wir es eigentlich schon haben die farming station jawohl da haben wir sie die farming station dann brauchen wir noch einen kapacitär einen kapacitär kann man nicht direkt machen grains of infinity fehlen schon wieder ach nee schon wieder als ob ok egal wir platzieren das mal ich würde mir zuerst gerne das essenzenfeld automatisieren und dazu machen wir das jetzt kann ich das da so hinsetzen jawohl die brauchen natürlich noch energie und so und wie wir die anschließen das seht ihr in der nächsten folge lasst gerne ein like da wenn es euch gefallen hat lasst auch gerne ein abo da wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und ganz wichtig die glocke aktivieren und in diesem sinne macht's gut bis dann und ciao